Ah, 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 oh je, Mindy, abedi, 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 nein, nicht, hallo, Schwester, war ich das etwa? Viel Spaß! Was geht ab? Hallo ihr Lieben, wir sind mal wieder unterwegs, heute geht es nach Köln, da haben wir morgen einen schönen Auftritt für einen Podcast, auch natürlich anlässens des 25-jährigen Jubiläums des Schweinkernen-Unterwasserschwanz. Also, alles Gute! Ciao! So, ihr Lieben, wir sind jetzt also in Köln, das Wetter ist super und wir sind jetzt gleich beim Podcast mit Papa Platto und ich freue mich schon sehr. Wir werden hinterher berichten. Ciao, ciao! Einen Grütze! Wir sehen mal Dienstag und nicht Montag! Jetzt wollen wir noch mal... Oh, sorry! Alles gut! Hallo, Loba Bollroth! Jawohl! Hallo, ihr Lieben, wir sind wieder glücklich gelandet in Berlin mit der Deutschen Bahn und hatten gar nicht mal so viel Verspätung, erstaunlicherweise. Wir sind auch ganz gemütlich gefahren, waren im Bordrestaurant, haben was gegessen, was getrunken und der Dreh hat sehr viel Spaß gemacht. Für diesen Tor. Also, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Oh, schade, das war's schon mit dem Video, aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr's möchtet. Es ist auch kostenlos, leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal! Eure Stimmen unter Wasser! Juhu! 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 Juhu!